Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft, natürlich das Ergebnis, weil wir in diesem Verein gewinnen müssen, unsere Spielweise, ich denke, jedes Mal ist viel, viel besser. Ich bin sehr zufrieden, jeden Tag, unsere Trainings halten, alles ist in Ordnung. Wir wachten, neue Spieler zurückzukommen, mit seinen Verletzten verletzt. Wir sind noch in den ersten Tagen von Oktober, wir haben gekämpft, wir haben das Spiel gut, das Spiel nicht so gut, aber immer waren da, kämpfen, probieren unsere Spielweise, probieren um gut zu angreifen. Und wenn das passiert, keiner beklagen, keiner beklagen, aber heute haben wir gut trainiert, sie fokussieren auf das letzte Spiel vor unserer National-Länder-Pause und okay, wir sind da, aber wir sind nur im Oktober. Ja, er war ein super guter Spieler, ein super guter Spieler. Xabi Alonso kennen ihn, ich denke, haben alle zusammen gespielt. Ich bin überrascht, was sie haben im letzten Jahr, er hat in der kurzen Periode gut gemacht, in Hannover, und in diesem Jahr haben sie zehn Punkte, nur vier Punkte weniger als wir. So, sie sind da. So, sie sind da. So, sie sind da. Vielen Dank.